servus und hallo zu unravel weiter geht's im level 3 bärenmoor schauen wir mal was uns hier erwartet ihr findet das spiel einfach sehr schön gemacht vielleicht ist euch zu langweilig zum ansehen vielleicht habt ihr nach der ersten folge schon gesagt hey nicht meins aber falls ihr das anseht ein wunderschöner spiel auch die level einleitung mit dem mit bilder und so finde immer sehr schön mal kurz nur ein schluck trinken warum sind da so dinge geht es aber es ist wieder irgendwie bald und baum aber komplett andere lichtstimmung ja wolle und wasser verträgt sie einfach nicht was ist hier los ok jeder erinnert mir das war irgendwie ganz grausam muss das irgendwo festbinden damit es mir nicht abhaut was so komme jetzt nicht mehr rauf oder doch und wenn ich hier mache dann flutet er die knote da oben mal was fest das möchte fest war nicht so schlau war nicht so schlau hier rauf reicht ja es hat gereicht den knoten lösung bitte die idee wäre ganz gut gewesen aber doch nicht jetzt geht er mal wieder rauf schaut schon ganz fertig aus hier ich glaube die idee an sich war nicht so verkehrt nicht ins wasser springen das nehmen und da mal rüber ziehen so weit wie geht so weit wie geht hier festknoten das knoten wir dann hier fest dann gehe da rauf knote das mal fest springen da auf den baumstaum löse den knoten dann müsste er theoretisch rüber fahren ja perfekt da so weit so weit wir kommen wir nicht drauf warum nicht schieben war doch irgendwie es stimmt irgendwo was übersehen das ding mitnehmen ich kann es mitnehmen also werde ich es mitnehmen müssen okay und dann kann ich daher echt jetzt kommen das ist schon mies das ist echt mies komm komm du schaffst es ja perfekt keine ahnung wo es jetzt woran sie jetzt lag das nicht ging ich habe ja nichts anders gemacht da kann ich irgendwas festbinden dann brauche ich den stein wahrscheinlich das festgebunden hat falsche taste hat der stein ist schon hier oben sehr gut steinlawine so es wird immer düsterer habe den eindruck große steinlawine wird immer düsterer und das war nicht so gut komm geh halt da wieder ok steinlawine kann ich die verschieben nein ok da bin ich doch gerade gestorben hier ok sehr gut ja ja ach die kann ich weghauen mit dem das ist schon mal sehr gut nein nicht sterben nicht sterben nicht sterben könntet ihr mal weg gehen ihr dinger es aber auch cool macht dass man die mit dem gahn quasi verscheuchen kann könnte theoretisch stirbt er gleich wieder die hin und mir voll am springen die säcke das kann mitnehmen ok geht weg das ist nicht gut wasser ist nicht gut geht einfach weg wo wir sehen wo wir sehen jetzt schon wieder was ach das ding wieder mitnehmen wahrscheinlich nein nicht sterben ok aber das hat er den ganzen zooms jetzt nochmal machen Ach, jetzt ist es automatisch schon hergekommen, okay. Ah, die Nerven so hat die Dinger. So, ähm, die weg. Hier habe er, da ist was. Ah, da muss ich so eine Brücke bauen. Leuchtet auch schon ganz rot da vorne. So, da rauf. Okay, und jetzt? Ah, eh, hier, hier. Okay, da war da irgendwie... Ich habe es ja schon mal gespielt gehabt. Irgendwie war das hier, glaube ich, etwas schwierig. Hier gibt es ein sammelbares Objekt da drin. Das will ich natürlich haben. Hier sieht es so aus, wie wenn wir so ein Ding bauen müssen, so eine Rampe. Okay, so viel dazu. Hier kann ich aufmachen. Okay. Hm. Ah, da ist noch eins. Sehr gut. Dann ist er kein Stress. Holen wir uns mal das Sammelobjekt. Sehr gut. Da kann ich rauf gehen. Auch gut. Warum sollte er mich da festbinden wollen? Weiß man nicht. Ach, hier kommen wir... Okay, hier kommen wir überhaupt nicht durch. Da muss ich mir jetzt da... Wenn wir da jetzt so reinschwingen... Offensichtlich. Okay. War ja einfach. Hier, der Baumstamm bricht auch wieder. Moosboden, der bricht. Und ganz viel so Mückenzeug. Geht weg. Geht einfach weg. So. Okay. Das bricht auch wieder. Boah, ist das nervig. Ja. So. Da ist es so. Ding. Geht da rauf. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020